La, 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 la Die Spatzen gehen wieder auf Reisen Das pfeifen die Spatzen vonblick Und alles, was ganz wichtig ist Das wird in die Koffer gepackt Ein Foto von Frau und den Kindern, ein Kissen vom eigenen Bett, ein bisschen Bergluft obendrauf, weil's ohne die nicht geht. Denn so richtig gut, so richtig wirklich gut, geht's uns doch nur daheim, daheim in Kastelruth. Ja, so richtig gut, so richtig wirklich gut, geht's uns doch nur daheim, in Kastelruth. Die Fahrt von Hamburg bis Bozen und endlich der letzte Tunnel, dass es überall schöne Mädchen gibt, vergessen wir besser ganz schnell. Es gibt viele Spatzengeschichten und nicht jedes Märchen ist wahr, auch wenn wir keine Engel sind, das eine ist doch klar. Denn so richtig gut, so richtig wirklich gut, geht's uns doch nur daheim, daheim in Kastelruth. Ja, so richtig gut, so richtig wirklich gut, geht's uns doch nur daheim, in Kastelruth. Ja, so richtig gut, so richtig wirklich gut, geht's uns doch nur daheim, in Kastelruth. Geht's uns doch nur daheim, in Kastelruth.